Dort hoch auf dem Berge, da fliegt der Wind, da sitzt Frau Maria und fliegt ihr Kind. Sie weht es mit ihrem schneeweißen Hand und braucht dazu kein Wegenwand. Schlaf an, schlaf an, schlaf an, schlaf an, lieb kinderlein. Schlaf an, schlaf an, schlaf an, lieb kinderlein. Doch das Kindlein so ruhig und süß. Schlaf an, schlaf an, schlaf an, lieb kinderlein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020